Guten Morgen, wir sind wach. Ich habe hier vorne geschlafen. Mein Bruder hat hier geschlafen. Hier ist die Tür. Hier vorne ist der Bruder. Hier vorne ist der Balkon und irgendwie ist das hier draußen viel wärmer als da drin. Da drin ist voll abgekühlt. Wir sitzen jetzt hier draußen hier auf diesen Holzpaletten rum. Also auf diese hier, die aus Holz bestehen. Und da drüben ist dieser Lost Place, wo wir heute Nacht gepennt haben. Und hier ist eine richtige Vollfettfeuerstelle. Da könnte man richtig geiles Lagerfeuer machen. Mit ganz viel Fett dran und sowas. Aber hier so ein Vollfettfeuer zu machen und hier auf diesen Paletten rumzusitzen in so einer gezielten Runde. Das wäre richtig geil. Es muss mit einer D3 Schepperung runterkommen. Es muss gegen unser Gehirn rein scheppern. Es muss richtig gegen die Stirn klatschen. Wie die letzte Fliege, was gegen Stirn fliegt. Die Fliege, was gegen Stirn fliegt. Die Fliege, was gegen Stirn fliegt. Die Fliege, was gegen Stirn fliegt.